Guten Abend und herzlich willkommen bei den Fastenhäppchen. Wir haben heute das Glück und die Freude, Dr. Stange hier zu haben. Jemanden, der seit Jahrzehnten am Fasten geforscht hat, unglaublich viel klinische Expertise mitbringt, also sehr, sehr, sehr viele Patienten im Fasten begleiten konnte und einen Erfahrungsschatz hat, der in Deutschland ziemlich einmalig ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir Sie da haben, Herr Dr. Stange. Vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich muss auch gleich dazu sagen, Sie sind der Grund, warum ich in der klinischen Fastentherapie gelandet bin, warum ich jetzt dazu forsche und warum ich dafür brenne. Ich wurde damals angesteckt, während ich gestudiert habe und bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür und freue mich auf Ihren Vortrag. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, liebe Frau Hübscholl, liebe Damen und Herren, ich habe einen Fehler gemacht. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Und das ist natürlich immer eine Freude, über so etwas praktisch sprechen zu können und nicht nur wissenschaftlich. Und Ihnen ein paar Tipps auf diesem Weg mitgeben zu können, hoffentlich. So, wo haben wir es hier? So, jetzt müssten Sie eigentlich, ja, jetzt müssen Sie es gut sehen. Ja, unsere Einrichtung ist, wie gesagt, schon seit 50, mehr als 50 Jahren in Berlin mit den Fasten unter vollstationären Bedingungen beschäftigt. Wenn man doch ambulante Fastenbehandlungen gemacht, Fastenforscher, wie Frau Liebschotin sagte. Und das Ganze machen wir eigentlich sehr gerne, weil wir eben doch sehr davon überzeugt sind und gerade auch die kleinen Schwierigkeiten, auf die ich jetzt gleich zu sprechen kommen werde, die den einen oder anderen vielleicht davon abhalten, so etwas mal auf eigener Faust zu probieren, doch sehr gut kennengelernt haben. Also wir können Sie ganz gut, glaube ich, mit der Idee vertraut machen. Es gibt eine Reihe von ärztlichen Gesellschaften in Deutschland, die sich mit Naturheilverfahren beschäftigten und hier in der untersten Zeile die Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung, speziell eben mit, wie der Name sagt, dem Fasten. Und die wird noch ein paar Mal zitiert werden. Das Fasten ist natürlich bei uns, wie in vielen Kulturen, zum Teil durch religiöse Motive sehr stark, durch Riten, durch Vorschriften, über Jahrhunderte bis Jahrtausende verankert. Der Mensch kann es, das haben Sie wahrscheinlich von Herrn Michaisen, so wie Sie beim letzten Mal dabei waren, schon ganz gut gehört, dass wir die grundsätzliche Stoffwechselausstattung haben, um eine Fastenperiode gesund zu bestehen. Ob es nur das christliche Fasten ist von 42 Tagen, das mag da hingestellt sein, das kommt mir relativ lang vor, aber im Extremfall geht dies sicherlich auch. Und so hat das Fasten natürlich immer die Gemüter beschäftigt und hier in diesem wunderschönen Gemälde eben zwischen der Völlerei und dem Fasten werden eigentlich die ganzen Schattierungen, die ja in jedem von uns letztlich auch leben und ein bisschen sich im Widerstreit kriegen, sehr schön dargestellt. Schauen Sie mal auf dieses Tier. Ich will Sie gar nicht mit Historie oder irgendwelchen großen Dingen langweilen. Ich will Ihnen nur sagen, Salerno in Süditalien, Golfo Neapel, das ist die älteste medizinische Fakultät in Europa. Und der Sponsor, wenn wir dann heute Neudeutsch sagen, der 8. hat einfach mal seine vielleicht 10 Professoren, wie das damals waren, gefragt, wie kann ich eigentlich gesund alt werden? Also eine Frage, die ist hochaktuell, die stellt sich eigentlich jeder. Und das ist ja gerade auch das, was die alternde Gesellschaft, die in viel zitierter so bewegt und so umtreibt, ja, nicht nur nominell altern werden, 82, 83, 84 Jahre als mittlerer Lebenserwartung, sondern eben auch gesund, aktiv, mit Lebensqualität. Und das wollen wir schließlich alle. Okay, und hier schauen wir, haben die Gelehrten zusammengesetzt, was müssten Sie sozusagen Ihren obersten Dienstherrn, was konnten Sie dem Ante antworten? Und diese 8 Antworten sind da geblieben, über einige mag man lächeln, aber die zweite ist wenig, das war schon mal sehr wichtig. Und die vorletzte, da würden wir heute zu sagen, ich komme gleich darauf noch zu sprechen, dass so das Ordnungstherapeutische in dem Ganzen richtig nicht so sehr auf, vor allem das Unwesentliche, versucht das Wesentliche von dem Unwesentlichen zu trennen. Und das gelingt übrigens manchmal im Fasten. Wir sehen ja Fasten eben nicht nur als eine körperliche Aktivität und als eine biochemische oder irgendwo ins sehr komplizierte Geschehen von Krankheiten eingreifende, sondern wir sehen das natürlich auch als eine mental-spirituelle Aktivität. Warum das so ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also erstmal ist klar, worum es geht. Der Teller wird sehr schmal. Messer und Gabel braucht man nicht gar nicht mehr. Man braucht für die Fastengetränke eigentlich nur noch ein paar Gläser. Und wie macht man das nun? Das soll ja nun praktisch heute demonstriert werden. Da haben wir uns viel Gedanken zu gemacht, wie wir das, sozusagen das Wissen der Zeit dazu, in sogenannte Leitlinien packen können. Leitlinien ist ein Instrument, mit dem Ärzte vor allen Dingen arbeiten, aber auch andere Berufsgruppen, damit man so ungefähr zusammenfassen kann, was ist so der Stand der Wissenschaft und der Praxis der Zeit. Und das haben wir hier 2002 nach einem etwa zweijährigen Prozess erstmalig gemacht. Und einige dieser Fastenärzte sind heute noch tätig. Andere, wie Herr Lützner, sind inzwischen schon verstorben. Und wir haben das erst 2013, also elf Jahre später, nochmal abgedatet, Neudeutsch und dann auf Englisch herausgebracht. In derselben Zeit, statt aber auf Englisch. Und das müsste natürlich jetzt dringend wieder aktualisiert werden. Solche Leitlinien sollte man eigentlich alle fünf Jahre neu herausgeben. Das ist ein Riesenaufwand, den man in keiner zahlt. Auch die Zeit muss man sich irgendwo abknapsen. Also es fällt nicht so ganz leicht vom Himmel. Aber es ist inzwischen in der Forschung so viel passiert, aber auch in der Praxis, insbesondere mit dem Teilzeitfasten, mit dem intermittierenden Fasten. Das ist in diesen Leitlinien nur angesprochen. Das war damals noch nicht so en vogue. Die Frohe ist eigentlich die wichtigste des heutigen Abends. Wir müssen streng erscheinen. Das hat Helmut Lützner, kein geringer, der große Fastenarzt, immer wieder gesagt, Fasten für Gesunde und Fasten für Kranke. Das sind zwei verschiedene Schuhe. Da muss man einfach streng sein. Und wir als Ärzte müssen vielleicht ein bisschen strenger sein, als man das als Fastenleiter oder als Seelsorger oder als Körpertherapeut, als Ernährungstherapeut, also die vielen, vielen therapeutischen Gruppen, die mit Fasten arbeiten, als die es sehen können. Es liegt daran, dass wir immer auch glauben, die Verantwortung übernehmen zu müssen. Das heißt, wenn ich jemandem empfehle, zu fasten auf eigene Faust und da geht irgendwas schief, dann glaube ich, dass ich da verantwortlich bin. Im Zweifelsfalle stimmt das auch. Ich kann sogar juristisch belangt werden, wenn ich dem sage, jetzt fast mal ordentlich da zu Hause und dann kriegt der Nierenstein oder irgendwas, dann bin ich schuld. Und beim Fastenleiter, beim Seelsorger und beim Ernährungstherapeut ist diese Frage ganz anders der Verantwortlichkeit. Der Arzt übernimmt in dem Augenblick, wo er einen Patienten berät, mehr Verantwortung als andere Berufsgruppen. Faktisch führt dies, Gott sei Dank, bei uns selten zu Rechtsstreitereien oder ähnlich unangenehmen Dingen. Aber man sollte es immer berücksichtigen bei all seinem Tun. Und deshalb diese strengen Unterscheidung. Wer gesund ist, das ist natürlich die nächste schwierige Frage, auf die Leute nicht eingehen wollen. Wir wollen auf das Motiv eingehen. Und ich denke, dass die meisten, die diesen Film, die Diskussion sehen, eher sich für gesund halten und das Fasten eher aus präventiven und oder Erlebnisgründen praktizieren wollen. Das ist hier in der zweiten Zeile angesprochen. Beides sind eigentlich für mich die vorherrschenden Motive, so etwas zu machen. Das Erlebnis, was passiert in meinem Körper, was passiert in meinem Geist, was passiert in meiner Seele. Das ist hochinteressant, wenn man sich dabei beobachtet beim Fasten. Wie verhalte ich mich zu meiner Umwelt, komme ich besser zu mir selbst. All diese Fragen, die viele durch Fasten eigentlich zumindest teilweise beantwortet haben wollen. Das geht tendenziell, weil das Gehirn so enorme Stoffwechselumstellungen macht. Ganz neue Brennkörper, die Ketone werden sozusagen zu 100% eingeführt und die lassen das Gehirn anders arbeiten. in einem anderen, man würde heute neudeutsch sagen, Programm. Ich würde diesen Begriff für so etwas Komplexes wie das Gehirn nie gebrauchen wollen. Aber Sie wissen, was gemeint ist. Es ist ein anderer Modus. Man träumt mehr am Fasten. Man hat mehr Assoziationen. Viele Schriftsteller und Komponisten haben in Schaffenskrisen das Fasten genutzt, um einen Roman fertigzustellen, eine Symphonie, was immer. Da gibt es sehr bekannte Beispiele aus der Geistesgeschichte. Wenn Sie so weit gar nicht kommen wollen, wollen Sie einfach nur mal ein bisschen mehr über sich selbst nachdenken und dann nehmen Sie ein Tagebuch, schreiben Sie Tagebuch während des Fastens. Ich habe Patienten immer am Mut, dort schreiben Sie einen langen Brief an jemanden, den Sie schon lange nicht mehr geschrieben haben. Sie werden überrascht, wenn ein Freund, ein Angehöriger, was Ihnen alles einfällt, diese Erlebnisdimension, das Wichtige und Unwichtige zu trennen. Das ist so eine tolle Erfahrung, die wir eigentlich viel zu selten machen. Darüber hinaus kann man natürlich sagen, ganz rational, ich faste, weil ich dann wahrscheinlich länger gesund lebe, meine Gelenke werden entlastet, mein Herz-Kreislauf-System, wenn meine Gefäße bis zu einem gewissen Grad einen Entzündungszustand aufweisen sollten, weil ich doch mal einen leicht erhöhten Druck hatte oder mich ab und zu mal zu viel aufrege oder was immer, dann werden die im Fasten entlastet, die Gefäßwände werden wieder dünner, das Ödem, die Wasseransammlung in den Gefäßwänden verschwindet, das ist alles völlig richtig, also ganz subtile Effekte, die der Hausarzt oder der Kardiolog oder der Internist eigentlich gar nicht richtig messen kann. Das ist jetzt der präventive Aspekt über biochemische, über molekularbiologische Dinge wie Teleomere oder Zellreinigung oder all diese Dinge, die da diskutiert werden können, will ich heute gar nicht sprechen. Wie geht so etwas nach unseren Leitlinien leider nur bis zu acht Tagen ohne ärztliche Begleitung? Leider sage ich, weil gerade das Geistige und Spirituelle dann oft interessant wird und dann soll man abbrechen. Wir sagen dies so, weil wir der festen Meinung sind, dass fast jeder bis zu acht Tagen mit Vorteilen fasten kann. Natürlich fasten sehr viele Leute auf eigene Faust auch viel länger. Wahrscheinlich auch einige der Zuhörer jetzt, die gleich meckern werden, was erzählt werden, davon misst. Das ist richtig, das können sie auch auf eigene Gefahr, wenn sie sozusagen für sich Verantwortung übernehmen und Fasten überlesen und die Technik beherrschen, dann können sie auch länger fast. Nur wir dürfen es ihnen nicht so ganz ohne weiteres empfehlen, weil unerwünschte Folgen sich unter Umständen dann ganz leicht häufen. In der Medizin ist man da sehr streng, da geht es um Promillen von Ereigniswahrscheinlichkeiten, nicht von Prozenten. Also wenn ein Ereignis von 0,5 Promille auf 1 Promille sich steigern würde, zwischen acht Tagen und 15 Tagen Fasten, dann ist das für uns schon eine ernste Sache von den Laien ist das keineswegs. Also man muss hier ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sehen, was eine Berufsgruppe, die sich wissenschaftlich und verantwortlich damit beschäftigt, nach draußen lässt und das, was derjenige, der auch für sich und seinen Körper eine gewisse Verantwortung übernimmt, noch ein Gespür hat für sich, was der sich zutraut. Da liegen natürlich Unterschiede. Wir haben eine Fastenkultur bei uns für Gesunde. Wir haben viele Schriften dazu. Wir haben dann eben auch natürlich Videos und YouTubes. Aber wir haben auch persönliche Kenntnisse, die von einem Fastenleiter vermittelt werden oder von einem Diätassistenten. Die meisten sind Fastenleiter. Das ist eine Art Weiterbildung. Gibt es auch ein Zeugnis für eine Akkreditierung, die zwei große Organisationen vergeben. Also wenn Sie an solchen geraten, dann sind Sie eigentlich in den besten Händen. Und diese Angebote können einzeln gemacht werden. Sie wollen jetzt unbedingt gerade fasten, weil Ihnen gerade danach ist oder weil die Familie verreist ist oder Sie haben gerade Urlaub oder irgendwas, aber Sie wissen nicht wie. Und finden Sie einen Fastenleiter, dann müssen Sie sich ein paar Mal von dem beraten lassen. Das kostet natürlich ein bisschen Geld. Und dann können Sie fasten. Wenn Sie ein Gruppenangebot nutzen wollen, dann schauen Sie auf die Seiten der Fastenleiter. Das können Sie ganz leicht rausgoogeln. Das ist fantastische Angebote. Wohnort fern, Wohnort nah. Wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die macht das im Schwarzwald in ihrer Hausarztpraxis regelmäßig zweimal im Jahr. Sammelt sie eine lokale Gruppe natürlich von Leuten, die da tagsüber hinkommen können, mit denen sie da seit vielen, vielen Jahren erfolgreich fastet. So etwas machen auch leider nur sehr wenige Ärzte. leider nur, weil das aufwendig ist und weil die Honorierung schwierig ist. Die erfolgt eigentlich rein privatärztlich. Und wenn ich das als Arzt anbiete, muss ich eigentlich auch eine, diese berühmte 24 Stunden, 7 Tage Erreichbarkeit garantieren. Das heißt, ich muss den Teilnehmern eine Mobiltelefonnummer geben, wo sie mich Tag und Nacht, Wochenende, Ostern, jederzeit erreichen können. Auch das passiert natürlich selten, dass da jemand anruft, aber auch das ist natürlich eine gewisse Belastung für einen, der sowieso schon mit seiner Hausarztpraxis genug zu tun hat. Einzelne machen es und das ist ein sehr erfolgreiches Modell der Fastenbeleitung. Die Masse des Gruppenfastens passiert bei uns durch Fastenleiter. Und da können wir wählen zwischen Ostsee, Nordsee, Hochgebirge, Kanarische Inseln. Da ist also alles möglich mit Wandern, ohne Wandern, mit Meditation, ohne Meditation. Da gibt es sehr, sehr viele Varianten. Das finde ich auch sehr gut übrigens, denn es soll ja so sein, dass es für sie relativ stressfrei und bereichernd ist. Und für manchen ist Wandern auf den Kanarischen Inseln vielleicht sehr bereichernd. Für andere, die nicht so gut zu Fuß sind, naja, das ist immer alles zu anstrengend. Die gehen lieber nach Hinnensee zum Beispiel, da haben sie es flach. Also es ist gut, dass wir so viele Angebote haben und die werden auch reichlich genutzt. Das Gute ist natürlich, dass die Gruppe ansteckend ist und dass die kleinen Probleme, die ich Ihnen gleich ganz ehrlich, wie ich hoffe, schildern werde, dass sie natürlich in der Gruppe besser weggesteckt werden und dass in den Gruppen oft eine, ich habe das oft genug gesehen, eine fantastische Stimmung oft entsteht. Also man euphorisiert sich regelrecht. Gut, das, was ich natürlich beruflich mehr vertreten habe, ist das Fasten als Therapie und auch Heilfasten genannt. Viele bevorzugen die mir ein bisschen vorsichtiger. Heilung heißt eigentlich, dass alles wieder nicht vorher wird. Gerade bei chronischen Krankheiten, die das Gros unserer Fasten darstellen, Rheuma, Arthrose, Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen, bestimmte Hauterkrankungen und, und, gibt es oft eine wirklich sehr erstaunliche Symptombesserung, aber keine echte Heilung. Also im medizinischen Sinne ist ja Heilung, dass wir diese Krankheit hinterher nicht mehr feststellen können, über Jahre und Jahrzehnte. Das ist durch Fasten eigentlich nicht erreichbar. Da muss man auch ein bisschen das realistisch sehen. Aber wenn Sie diesen Begriff in seinem alten, sagen wir mal im 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert, in seiner alten Begrifflichkeit sehen wollen, und dass Sie doch eine deutliche Besserung erzielen wollen, dann gerne. Heute, wie gesagt, bei chronischen Krankheiten, wenn wir da von Heilung sprechen, dann muss die eigentlich völlig verschwinden. Fasten als Therapie ist ein Begriff, den meines Wissens Herr Farmer geträgt hat. Der war lange Chefarzt, der fast wenig Buch hing am Bodensee und hat das für Ärzte beste Buch Fasten als Therapie dazu geschrieben, in dem er seine ganzen etwa 40 Jahre Fastenarzt-Erfahrung zusammengefasst hat. Er nannte es, wir kannten ihn sehr gut, ein sehr bescheidener Mensch, Fasten als Therapie. Klingt etwas bescheidener als Heilfasten, aber meint dasselbe. Es sind zwei Kriterien dazu zu beachten. Ich muss eine Indikation haben, also einen Anlass, einen Grund. Ich muss mir beziehungsweise der erfahrene Fastenarzt die Frage beantworten können. Kann ihre Erkrankung oder ihre Erkrankungen können die von dem Fasten profitieren? Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich unter Umständen auch fasten, aber es ist kein therapeutisches Fasten. Denn die Krankheit, an der geht das vorbei. Gibt es auch Beispiele, die wollen wir jetzt nicht so diskutieren, wir wollen eher die diskutieren, die interessant sind, wo was Gutes passiert. Und da gibt es genug von. Und das zweite Kriterium ist die letzte Zeile. Das habe ich mal so formuliert. Sie sollten irgendwo einen mit dem Fasten erfahrenen Arzt in der Nähe haben. Diese berühmte ärztliche Begleitung, wenn das jemand ist, der noch nie mit Fasten zu tun hat und sagt, okay, ich mache das mal, das kann ja nicht so schwer sein, weiß ich nicht. Das ist eigentlich nicht das, was wir wünschen. Dafür machen wir Weiterbildungen. Zum Beispiel, wenn ein Arzt die Weiterbildung Naturverfahren durchlaufen hat, das steht auf seinem Praxisschritt, dann muss er im Prinzip dort in den Kursen etwas erfahren haben über das Fasten. Er ist nicht so gut wie einer, der zum Beispiel das Fastendiplom der Arztgesellschaft Teilfasten und Ernährung oder einen neuen Titel einer Fastenakademie erworben hat, aber immerhin die Basics weiß er. Aber wenn ihr Hausarzt sagt, ich habe das noch nie gemacht und wir können das gerne mal machen, naja, das müssen Sie dann entscheiden. So wahnsinnig schwierig ist es gar nicht, aber wir kommen gleich auf ein paar Dinge zu sprechen. Für die Gesunden gibt es dieses Buch, es gibt 15 Bücher dieser Adelta am Buchmarkt. Das ist sozusagen das Werteste der Bestseller, immer wieder neu aufgelegt und obwohl Helmut Lutzler eben vor zwei Jahren mit 92 Jahren eigentlich aus frischer Schaffenskraft über Nacht verstorben ist, wird es weiter so herauskommen, es wird irgendjemand finden, der es auch auf dem Laufenden hält und pflegt, wie man sagt. Und ich denke, dass noch viele Generationen von Fasten das mit diesem Buch wirklich ganz hervorragend und ganz sicher machen können. Und so etwas müssen Sie eigentlich studiert haben, wenn Sie wirklich ganz auf eigene Faust das machen wollen, was möglich ist. Das ist kein Problem, aber die minimalen Anleitungen darin, die müssen Sie befolgen. Dann kommt für uns oft die Frage, auch in Interviews mit Journalisten und so weiter, aber auch mit Patienten, ja, da gibt es doch so viele Fastenformen, was soll ich denn machen? Das ist doch so unübersichtlich. Ich habe das mal vor ein paar Jahren für einen Fortbildungszeitschriftartikel versucht zusammenzustellen. Das ist, denke ich, relativ folgtendig für die Fastenformen, die ein so ein langes Langzeitfasten beinhalten. Das haben wir früher nicht gesagt, aber seit es im großen Umfang 10, 15 Jahre eben intermittierendes Fasten gibt oder andere Formen des Kurzzeitfastens, sagen wir das manchmal explizit. Manche sagen jetzt so auch periodisches Fasten, so Langzeitfasten finde ich ein unpassender Begriff, weil periodisch eigentlich was anderes meint, dass irgendwas immer wiederkehrt, wie zum Beispiel ein einzelner Fastentag. Also hier ist gemeint, dass sie mehrere Tage nacheinander mehr oder weniger dasselbe machen. Und das Wichtige ist vor allem die rechte Spalte, was sind die Fastengetränke oder in ganz seltenen Fällen auch der feste Nahrungsbestandteil. Zum Beispiel in der dritten Zeile Franz Xammermeier, der große österreichische Fastenarzt, hat in seiner Zeit in Karlsbad die Leute streng mit Tee und Wasser fasten lassen und er ist dann durch die Entwicklung, durch den Einmarsch von Nazis ist er dann nach Nien gegangen und hat dort das in der ambulanten Situation weitergemacht und hat festgestellt, das ging nicht mehr so einfach. Also hat er dieses mit den Semellen erfunden, das ist ein Spätwerk, das ist ein bisschen aus der Not geboren, das halten viele von dem Kern der Meier-Therapie, ist es aber nicht. Und sagen wir auch, dass Molkefasten, das zum Beispiel in Apelzellen immer noch sehr beliebt ist, wenn sie nichts gegen Milcheiweiße haben, Milchzucker ist da kaum drin, dann können sie mit Molke sehr gut fasten, weil sie eine gewisse Eiweißzufuhr haben, gerade wenn sie das länger vorhaben. Das hat Vorteile, man kann auch das Eiweiß sich anders besorgen über Mandelmilch, das habe ich hier nicht erwähnt und so weiter. Dann möchte ich noch erwähnen, die letzte Zahl, das Scheltenfasten, das ist in den USA sehr beliebt, das ist eben, gibt es nur Tee und Wasser in beliebigen Mengen, überhaupt keine Kalorien, überhaupt nichts Festes sozusagen, also überhaupt nichts, was den Körper nähert. Beim Buchinger Fasten, wenn sie das ungefähr so mit den Mengen, wie es da oben steht, machen, führen sie sich so ungefähr 250 bis 300 Kilokalorien pro Tag zu, das kommt auch den Typen der Säfte an, die sie nehmen, natürlich auch auf die Menge, ob das 0,4 sind oder 0,5, manche nehmen auch 0,6, das macht den Kohlen nicht so fett. Überhaupt macht es nicht so ganz den Kohlen fett, welche Form sie hier nehmen, das z.B. bei dem Schrotkuh, die großen kleinen Klingkragen, das wird den Oberstaufen, den Mecker der Schrotleute streng sogar handhabt, aber das ist ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick, aber es kann auch reizvoll sein. Die meist gebrauchte Form ist die oberste Zahl des Buchinger Fasten, den Obst- und Gemüsesäften und der Gemüsebrühe. Die Gemüsebrühe liefert keine zusätzlichen Kalorien, die ist vor allen Dingen eine Ergänzung der Salze, der Elektrolyte und auch der geschmacklichen Komponente. Die Obst- und Gemüsesäfte liefern den Schleimhäuten des Verdauungstraktes sozusagen ein Kohlenhydratangebot, mit dem sie sehr schnell was anfangen können. Das können sie lokal verwerten. Das wird also gar nicht erst groß in den Körper aufgenommen, sondern wird von den Schleimhäuten verstoffwechselt, Wir glauben, wir haben das nie richtig bewiesen, wir glauben, dass mit dieser Fastenform das etwas verträglicher ist insgesamt. Es gibt auch Patienten, die mit dem Schleimfasten, gerade mit einem empfindlichen Magen, zweite Zeile, besser zurechtkommen. Da würde ich keinen Stab brechen, das ist offen. Da hat man es früher manchmal auch zwischen Meierärzten und Buchingerärzten gefetzt, das ist alles vorbei. Wichtig ist, dass die Getränke hochwertig sind, dass sie gut zubereitet sind, und so weiter und auch abwechslungsreich bei den Obst- und Gemüsesäften. Hier sehen Sie die altbackene Semelle aufgeschnitten und mit Tee, das geht auch, Kamillentee, geht sehr gut und da gibt es diesen Einspeichel und Einverdauungsvorgang, kann ich jetzt im Einzelnen drauf eingehen, der ist grundsätzlich als Kauschule sehr, sehr interessant. Das gibt es eigentlich nur in der Form. Jetzt kommt noch eine Folie mit wichtigen Dingen und dann wissen Sie schon fast alles, was Sie brauchen, um morgen anzufangen. Sie müssen motiviert sein. Sie müssen selbst motiviert sein. Wir unterscheiden Eigenmotivation und Fremdmotivation. Fremdmotivation ist, dass Ihr Ehepartner sagt oder Ihr Partner, jetzt fasst doch endlich mal, das ist doch so gut für Dich. Und weil Sie ihm gefallen tun wollen, machen Sie es dann. Das ist eine Fremdmotivation, das ist nicht gut. Sie müssen wirklich selber neugierig sein. Was passiert da mit mir? Neugier ist ein ganz guter Ausgangspunkt. Und dann müssen Sie nach unserer Lesart bislang eben diese Flüssigkeitsmenge auf sich, zu sich nehmen. Wir glauben, dass das für viele Organe, vor allem für die Nieren, etwas schonender ist, denn Plasten ist für den Körper auch Stress, vor allem in den ersten Tagen. Die hochwertigen Getränke hatte ich schon betont. Irgendwo sagen wir maximal 500 Kilokalorien. Also das ist alles nicht so ganz entscheidend, ob das 350 oder 450 sind. Darauf kommt das nicht so sehr an. Entscheidend ist, dass es bei Ihrem täglicher Energiebedarf deutlich gedrosselt wird, also in die Gegend von 20 Prozent und tiefer, 15, 10 Prozent, von dem, was Sie normalerweise meinetwegen an 2200 Kilokalorien pro Tag zu sich nehmen. Ausscheidungsvorgänge sind sehr interessant. über die Darmvorbereitung und Darmpflege im Fasten können wir uns auch noch sehr lange hier auslassen. Da gibt es in den 15 Büchern etwas unterschiedliche Anweisungen. Auch da würde ich sagen, kann keiner den Start brechen und sagen, meins ist das Beste. Hauptsache, Sie machen eines konsequent. Es scheint mir vorteilhaft zu sein, zu Beginn des Fastens eine gründliche Darmentlehrung durchzuführen. Die wird normalerweise mit Glaubersalz gemacht. Viele, die das kennen, doch schon mal irgendwo genippt haben, die sagen, oh, bloß mit Glaubersalz. Man muss das nicht mit Glaubersalz machen. Man kann es, das müssen wir aber selbst bezahlen, das ist auch rezeptpflichtig, man kann es mit sogenannten Darmspüllösungen etwas schonender machen. Also die Sie, wenn Sie schon mal so eine Dickdarmspiegelung gehabt haben, die Sie da früher und am Morgen trinken müssen. Viel weniger, ein Liter reicht meistens und keine 2 bis 2,5, damit der Darm gut sauber ist. Ein entlasteter Darm fastet wesentlich leichter als ein noch gefüllter. Es ist eigentlich eine, wie man so schön sagt, kondition, eine Quanon, ohne dem geht es eigentlich nicht. Das andere, Lungen vor allen Dingen, die fordern Sie die Lungenatmung, indem Sie ab und zu ein bisschen mehr Bewegung machen, ein bisschen mehr Sport einlegen. Das muss man sehr gekondusieren, das ist nicht so ganz einfach. Dann, dieser ordnungstherapeutische Aspekt, die Fastenphase sollte für Sie auch eine Erlebnisphase sein, sollte Ruhephase in den Halt. Sie sollten sich nicht stressen. Ich bin selbst das schlechteste Beispiel, weil ich die meiste Zeit während der Berufstätigkeit, also voller Berufstätigkeit gefastet habe. Ich habe das immer gut verstanden, überstanden, gut vertragen, aber es ist für die Masse oft nicht so empfehlenswert, weil Sie doch schon mal auch zum Sprecheln neigen können. Dann sollten Sie Gelegenheit haben, sich etwas hinzulegen, wieder ein bisschen mehr zu trinken oder sich mal wieder ein bisschen mit der Trockenbürste zu massieren und einfach ein bisschen zu lösen und dann ist das wieder vorbei. Das ist natürlich besser, wenn man über seine Zeit voll verfügen kann. Gilt natürlich auch, wenn Sie zum Beispiel Erziehungspflichten haben. Der Kostaufbau ist zu beachten, der ist in diesen Büchern auch sehr gut erklärt. Da sind Nuancen verschieden. Der eine macht es mit dem Riemen ab, füllt der andere mit einem Schleinsüppchen. Das ist nicht so dramatisch wichtig, wie man das im Einzelnen macht. Das Wichtige ist, dass man den Körper langsam wieder an die Nahrungsbelastung rand führt. Sie werden überrascht sein, wenn Sie zum ersten Mal so acht bis zehn Tage gefastet haben, was ein bisschen von irgendwas, wie sehr der Ihnen den Magen voll macht. Das ist eine tolle Erfahrung, weil die ganzen Organe, diese Rohlorgane, sich quasi in ihrem Stil verkleinern, die sind natürlich dehnbar, die können sehr schnell gedehnt werden, aber sie sind aktuell dann sehr, sehr klein, wenn sie das Fastenbrechen machen, sodass diese erste Mahlzeit, egal was es ist, eben als ganz schnell Magenfüllend erlebt wird. Ja, und wir hoffen natürlich für die, die noch mehr vorhaben nach dem Fasten, Ernährungsumstellung, mehr Bewegung, mehr Achtsamkeit, Heidmann heute sagt, all diese Dinge, wenn wir hoffen, dass das Fasten eine vulnerable Phase ist, dass es sie anfällig macht, dieses dann doch besser durchzuführen. Und die Folie ist nur für die, die nicht gesund sind, die sich für eine Fastentherapie interessieren, was muss der Arzt eigentlich machen? Er muss die über alle Indikationen, die sie haben, im Klaren sein, unter Umständen noch ein bisschen Diagnostik nachlegen. Er muss sich auch über Kontraindikationen, die ganz wenigen Ausschlussgründe für das Fasten im Klaren sein. Und wie gesagt, wie ist die Begleitung zu organisieren? Aus meiner Sicht verantwortungsvoll mit dieser 24 Stunden, 7 Tage Erreichbarkeit. Das andere, die zweite Zahl gilt genauso. Und wir glauben, wenn Sie zum Beispiel Arthrose-Patienten, also die mit schlechten Gelenken oder Arthritis-Patienten haben, die fasten, dass eine gleichzeitige Physiotherapie sehr sinnvoll ist, weil die auch eher besser wird in der Zeit. In der Klinik, wenn man so ein Programm zusammenstellt und die Leute zum Teil recht krank sind oder eine lange Vorgeschichte mit Rheuma zum Beispiel haben, ist es wirklich die Kunst des Erfahrungen, dieses Programm so zusammenzustellen, dass es sie nicht überfordert. Das war früher besser, als wir noch längere Krankenhausaufenthalt damit haben konnten, realisieren konnten. In Privatkliniken ist dies auch heute noch so. Das spielt gerade bei der Eigenfinanzierung oder der geringen Zuzahlung einer privaten Krankenversicherung die Länge nicht so eine große Rolle. Da kann man an das Ganze vorsichtig herangehen. Das war früher fantastisch. Wir haben früher heute 22, 23, 24 Tage in der Klinik gehabt. Das war so schön, aber heute das DRG-System erlaubt dies uns nicht mehr. Psychotherapie, tiefenpsychologisch Gespräche, aber auch schon mit dem behandelnden Arzt ein langes Gespräch über die Lebenssituation über belastende Momente sind, das haben wir immer wieder erfahren, die sind so leicht auf einmal, die Zunge wird so gelöst, das ist fantastisch. Und auch die vielen Patienten, die da Widerstände gegen haben, die glauben, ach, da ist doch alles in Ordnung, was soll ich mit so einem Gespräch. Die werden auf einmal sehr viel weicher und offener, das ist sicherlich zu ihrem Vorteil. Jetzt diese Indikationen, da haben wir ganz viele, das ist die Auswahl 1 hier, also das berühmte metabolische Syndrom, unter dem so viele der Wohlstandsgesellschaft leiden, aber auch die chronisch entzündlichen Erkrankungen, wie das echte Rheuma, das sind tolle Indikationen, viele, viele Schmerzerkrankungen, das ist inzwischen eigentlich unser Hauptaugenmerk, und seltener sehen wir in letzter Zeit, aber in meinen ersten 10, 15, 20 Jahren haben wir das viel häufiger gesehen, warum immer, bestimmte Erkrankungen, die mit Allergien, Neurodermitis zusammenhängen, atopische Erkrankungen, dann die Schuppenflechte, Depressionen, Atemixerkrankungen, das ist seltener geworden. Depressionen können sehr gut ansprechen, auch Fasten, Fasten hat stimmungsaufhellende Effekte, die müssen auch begleitet werden. Jetzt zu den Kontraindikationen, Suchterkrankungen, sie dürfen nicht rauchen beim Fasten, sie dürfen kein Alkohol trinken, sie dürfen bestimmte Medikamente, von denen man sagen könnte, sie haben eine Abhängigkeit, eigentlich nicht nehmen, das muss man dann sehr genau untersuchen. Der Zuckertyp 1, also der Vollkorninsulinabhängige, gilt manchmal als eine Kontraindikation, weil er etwas schwer zu beendern ist, das wird bei uns in der Klinik aber auch gemacht, auch in manchen anderen, das kommt nicht so oft vor. Psychosen, also psychiatrische Erkrankungen, Schizophrenie und dergleichen, relative Kontraindikation, wir haben das bei uns öfter gemacht, mit sehr gutem Erfolg, in dem Fastenfilm, den Sie bei, wahrscheinlich immer noch bei Arte herunterladen können, da ist ja etwa die Hälfte einer russischen Klinik gedreht worden und auch mit Ärzten dort, die begeistert sind vom Fasten mit psychotischen Patienten, wird da ein bisschen kritischer, gut. Alles andere ist sowas für den Arzt, der das Ganze begleitet, dass er berücksichtigen muss, also auch zum Beispiel die Neigung zum Nierenstein lang, eine relative Kontraindikation, das heißt, derjenige kann auch fasten, er muss verdammt nochmal versprechen, mit der Flüssigkeitsmenge wirklich sehr gut umzugehen, auch über den ganzen Tag verteilt und er muss nochmal versprechen, beim meisten ziehenden Nieren gegen sich zu melden, ob er da eventuell doch einen Rückfall hat. Zum Schluss eben noch die Frage der Verträglichkeit und des Nutzens und da passiert eine ganze Menge auch bei relativ gesunden Leuten, die neigen zu Abfall. Das kann auch mal zu leichten Schwindelattacken führen, da muss man sich halt hinlegen und die Beine hoch, diese üblichen Tricks und dann geht das wieder. Am Anfang gibt es Kopfschmerzen. Als ich das erste Mal gefasst hatte, ich habe noch nie schwerer Kopfschmerzen in meinem Leben gehabt, hatte ich aber Kopfschmerzen, was ist denn nun los? Tag drei waren sie weg, das ist die Regel. Migräne haben ein echtes Problem, ein Migräne würde ich nie empfehlen auf eigene Faust zu fasten, das kann ganz üble Anfälle am Anfall auslösen. Gut, dann die Schlappheit kommt bei vielen, ist oft eine Frage des Salzmangels, Kalium und Nahrung vor allen Dingen, lässt sich also tendenziell überwinden, aber es gibt auch Tüten, die auf diese Fasten so reagieren. Wenn sie trotzdem weniger Gelenkschmerzen haben, dann nehmen sie es hin, dann seien sie halt Schlapp die paar Tage, das ist ja auch nicht so schlimm, es wird wieder besser. Und die anderen Dinge, Gichtanfälle, ist immer wieder viel diskutiert worden, will ich jetzt hier nicht in Ausführlichkeit sagen, weil derjenige, der eine Gicht aufweist, ist eben ein Kranker und der gehört, das ist dann Fasten als Therapie und nicht Fasten für Gesunde, das heißt, der Fastenarzt muss dieses berücksichtigen, muss sich über die Gicht auslösende Momente bei demjenigen im Plan sein, muss seine aktuelle Haarensäure kennen und und und. Also da gibt es dann doch einiges zu beachten, alles andere ist relativ bagatellhaft. Ja, das haben wir auch in diesen neuen Leitlinien so zusammengeführt. Schwangerschaft ist auch bei uns auch eine Kontraindikation. Und dann gibt es ein paar Dinge, die der Erfahrene weiß, aber nicht der Laie und auch nicht der Ärzte, der das noch nie gemacht hat. Wie geht man mit Medikamenten um? Da gibt es teilweise in gewissem Maße Vorschriften oder Erfahrungswerte, wie man Dosisanpassungen meist Dosisreduktion vornehmen muss und was dann sozusagen insgesamt als Bilanz wichtig ist, die Bagatellhaften, also gerade diese Kreislaufgeschichte, Bagatellhaften sind relativ häufig, sind aber eben Bagatellhaft, voll schwer sind umgekehrt relativ selten. Das ist die Basisbotschaft. Das genau vor jetzt zu sagen, wenn einer noch nie gefastet hat, ist schwierig und auch wenn er schon mal gefastet hat, wir hatten ja viele Patienten in unserer Klinik, die schon mal auf eigene Faust gefasst haben, dann ist mehr gar nicht gut gekommen. Und dann sagen wir, naja, vielleicht hier doch, schauen Sie mal. Und nach ein, zwei Tagen Eingewöhnungszeit und wenn auch die Begeisterung von anderen Patienten so ein bisschen überspringt, versuchen wir es doch nochmal und haben den Mütz nochmal von A bis Z durchgelesen und werden jeden Tag gefragt, ob sie genügend trinken und so weiter. Und dann geht es doch auf einmal wunderbar. Also das mit dem Nierenstein habe ich schon erwähnt, da muss man so ein bisschen auch, das ist was für Fortgeschrittene eben, also auch der Lichtanfall. Das ist natürlich für eine Klinik wie unsere oder auch wie andere erfahrene Faskenklinik ist das kein Ausschlussgrund, das muss man handeln können. Dann dieser Kopfschmerz hatte ich angesprochen, da gibt es Gegenmaßnahmen, vor allem dem Minzöl, sehr schön, die Mikälenanfall ist schon etwas härter, für die Übelkeit kann man Phytotherapeutika einführen, kein Problem. Und dann kann man noch so ein paar Fragen stellen, wenn das über Tag 3 hinaus, wenn man Tag 3 noch nicht sozusagen auf der Insel der Seligkeit angekommen ist und dann sagt man, oh das könnte jetzt immer so weitergehen, das geht manchen Patienten oder manchen Fasten und so, dann muss man sich ein paar Fragen stellen als Fastenarzt und das können wir auch, nochmal eine Blutabnahme machen, nochmal ein EKG schreiben, das sind natürlich Dinge, die einer Klinik mit ihren Möglichkeiten und auch mit der Interpretationser Erfahrung, dann recht leicht fallen, da eventuell gegenzusteuern. Es ist ganz, ganz selten, dass wir so an Tag 3, 4 dann doch sagen, nee, das ist nichts für Sie, dann machen wir lieber Schluss. Das kommt, ist vorgekommen, aber es ist selten. Und alle anderen Fragen betreffen das Teilzeit-Fasten, die werden wahrscheinlich jetzt in Ihren Fragen aufkommen, ich bin mit den 40 Minuten nahezu um, möchte bloß darauf hinweisen, dass Teilzeit-Fasten eigentlich auch, wie man bei uns im Rheinland sagt, in der Rolle Kamelle ist. Dieser große amerikanische Fastenarzt hat als Spätwerk vier Jahre vor seinem Tod dieses The No Breakfast Plan und The Fasting Cure ausgegeben und seine deutschsprachige oder deutsch-dennige Frau, das ist auf Deutsch übersetzt, ist riesig als keine Leute. Das heißt, er hat das Frühstücksfasten schon erfunden. Warum eigentlich? Er hatte einen Freund, der nicht Arzt war, der war in Europa auf Reise, also um 1900, muss ich mir vorstellen, und vor allem im Militäraneum und er kam zurück und sagte, also die Leute dort, die spinnen so ungefähr, die essen morgens einen kleinen Schluck Kaffee und irgendwie so ein Brötchen, also was essen sie morgens ja nichts und nichts Ganzes oder gehen sie zur Arbeiten, so ein bester Ding her. Während, wenn sie schon mal Tourist in den USA waren und ein Frühstück da bestellt haben, in so einem Frühstücksrestaurant, dann wissen sie, die US-Burger sind meistens eher so mit 1000 bis 1200 Kilokalorien zufriedenzustellen beim Frühstück, das muss richtig deftig sein. Und ein mediterranes Frühstück, das ist für die quasi Fasten. Und weil dieser Kollege das so eindringlich gestellt hat, die sind gut drauf anschließend, die gehen arbeiten und sind furcht und so weiter, da muss was dran sein, hat bei sich Lunch als ersten Mahlzeit eingenommen und hat das dann selbst so gut gefunden, mich von dieser damals schon sehr normalen Rhythmik des Essens in den USA abzukehren. Er hat eigentlich das Frühstücksfasten, was heute die aus meiner Sicht häufigste Form des intermittierenden Fastens ist, der das quasi erfunden hat, das alles ein bisschen vergessen hat, geraten und so sollten wir das heute dieses Morgen fast gar nicht so als Dewey-Fasten im Zuliege bezeichnen. Aber dieses Gebiet wollte ich heute nicht streifen, da haben wir praktisch überhaupt keine Verträglichkeitsprobleme. Die Empfehlung geben wir auch Leuten, diese Krankheiten haben, mit Bluthochdruck, das ambulant zu machen, öfter den Blutdruck zu messen, gegebenenfalls Medikamente anzupassen, man muss sich da in der Anfangszeit öfter sprechen. Also dieses Teilzeitfasten, das wir in der Revision der Leitlinien auch ausführlich aufnehmen werden, da ist es einfacher auch mit bestimmten Erkrankungen ohne ständige ärztliche Begleitung zu fasten. Das ist eine ganz andere Methodik. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Neugier gemacht, egal ob Sie sich jetzt als gesund empfinden und das Fasten für Gesunde mit einem Fastenführer durchführen wollen, besser noch eben in einer Gruppe oder ob Sie glauben, ich sollte mal versuchen, für meine Erkrankung einen Fortschritt mit einer stationären Fastentherapie zu erreichen. Da haben Sie mehrere in Deutschland mehrere Möglichkeiten, die auf der berühmten Homepage der Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung eigentlich sehr gut angeführt sind und Sie kriegen dort auch Informationen, wie ist es mit Einweisungen und Kosten zu sagen, die ganzen bürokratischen Dinge, die ja heute nicht so ganz einfach sind und dann können Sie hoffentlich dort eine vollstationäre Fastenbehandlung, aber nicht nur eben Fasten, sondern eben auch andere naturheilkundige Behandlungen erleben. Ich wünsche Ihnen viel Glück damit, wir alle bleiben zusammen, es stellen sich immer wieder neue Fragen, neue Erkenntnisse, wir kriegen viele Anfragen von Patienten, wir kriegen in unserer Sprechstunde ein Aufklärungsgespräch geführt darüber, also das Thema bleibt virulent. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank für diese sehr umfassende Einführung in das Thema Fasten tatsächlich und es kamen einige Fragen, die würde ich jetzt gerne stellen. Eine Frage war, wie ist es mit Parkinson-Syndrom? Gibt es Erkenntnisse dazu zum Thema Fasten und würden Sie das empfehlen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben in den 35, 38 Jahren, die ich das bei uns in der Klinik begleitet habe, ganz selten Patienten gehabt, die auch Parkinson hatten. Meistens war es eher so, dass sie auch Blühdruck oder Diabetes hatten und den Parkinson eher als die Begleiter erkannten, nicht als das Ziel einer Fastenbehandlung. Da haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Es ist natürlich so, die Leute, die dauerhaft ein Medikament nehmen, das ihnen einen gewissen Komfort sichert, die muss man darauf hinweisen, dass es hier sehr viele offene Fragen gibt. Wissenschaftlich gesprochen, insbesondere die Metabolisierung der Leber, die Resorption im Darm, die Eiweißbindung in der Blutbahn geben sehr viele Rätsel auf, wie so ein Medikament dann in derselben Dosierung mit derselben Exaktheit eingenommen in der Fastenphase wirkt. Ich habe gelernt, als ich anfing, da waren so alte Fastenärzte, die waren damals eben 30, 40 Jahre älter und die sagten, die können fast alle Medikamente reduzieren, der Effekt bleibt gleich, es ist alles empfindlicher durch das Fasten, das glaube ich nicht so ganz. In einigen Punkten wollte ich dazustellen, das betrifft natürlich vor allen Dingen alles, was Stoffwechsel und Kreislauf angeht, aber so eine etwas diffizierteren Dinge wie Parkinson, da wäre ich sehr vorsichtig. Ich würde natürlich gerne wissen, woran merkt der Patient sein Parkinson, kann man das am Schriftbild sehen, am Tremor, also an dem Zittern oder an der Hypokinesie, was ist ein vorherrschendes Symptom und wenn ich den jeden Tag sehen kann, möglichst sechs Tage in der Woche, dann würde ich mir das jeden Tag genau angucken, dann kann man sich einigermaßen sicher sein, dass das geht. Man muss da unter Umständen auch ein bisschen experimentell vorgehen. Dass es für den Parkinson auf Dauer besser ist, da fehlt mir so ein bisschen eine Fantasie zu. Aber das vorherrschende wäre wahrscheinlich Fasten mit Parkinson und nicht fasten wegen Parkinson. Wir haben ja auch gerade eine Studie laufen mit einer spezialisierten Parkinson Klinik, wo die Parkinson Patienten fasten. Da gibt es leider aber keine Ergebnisse bis jetzt. Das wird auch in Zukunft noch ein Thema sein. Dann kam noch eine Frage zu Rheuma. Wir haben ja doch sehr viele Rheuma-Patienten auch auf der Station immer wieder. Und die Frage ist, von jemandem, der offensichtlich auch Fasten erfahren ist in der Begleitung, dass erstens die Frage, kann man Rheuma-Patienten ambulant fasten lassen? Und zweitens, was würden Sie empfehlen für danach? Weil die Erfahrung der fragenden Person zeigt, dass die Rheuma-Symptome oft nach dem Fasten auch wieder auftreten? Das ist natürlich eine unserer Kardinalfragen. Rheuma ist eine ganz gute Indikation, dass Fasten an Entzündungshemmende bis sogar immunsuppressive Wirkung, also fast wie ein Basis-Therapeutikum, wie man früher sagte. Und das haben wir oft gesehen, das haben wenige Studien bestätigt. Demnächst werden wir eine neue lesen aus unserem Hause. Und es ist schwierig. Wir haben Patienten gesehen, die haben drei Wochen angefastet früher in der alten Zeit und fünftal danach war es fast schon wieder alles vorbei. Wir haben Patienten, die wir in unserer Hochschulambulanz ein halbes Jahr später sehen, die sagen, mir ging es noch viele Wochen, wenn ich monate sehr sehr gut. Und dann kam es ganz langsam wieder. Auch das ist ein häufiger Verlauf. Da muss man natürlich sehen, dass heute die meisten Reumatiker eine Langzeitmedikation haben und sehr viele haben das Biologikum. Da sieht die Situation ganz anders aus. Wenn sie ein Biologikum haben, haben damit 80% Krankheitskontrolle, dann sage ich in der Beratung, wir versuchen von den anderen 20%, die noch fehlen, so viel wie möglich durch Naturheilverfahren hinzuzupacken. Ein Baukastensystem. Das ist eigentlich logisch. Ob das immer funktioniert, ob diese Wirkungen additiv sind, wie man wissenschaftlich sagt, das wissen wir oft nicht, das kann man ausprobieren. Wenn jemand weiß, wo seine Zipperlein sind, also ein bisschen Morgensteifigkeit, Anlaufprobleme und so weiter, nach längerem Sitz und so typische Geschichten und der sagt, nach fünf Tagen Fasten, hey, das ist viel besser, ich nehme Ernährung weitergeht, muss man erst mal die Ernährung vorher untersuchen. Das können wir eigentlich nur in kurzen Gesprächen, im Grunde müsste man das mit sehr guten Inventaren, also für Forschung einsetzbare Computer Software mit ikonenhaften Darstellungen der Nahrungsmittel, da kriegen sie sehr präzise raus, wie viel tierisches Eiweiß, was etwas entzündungsfordernd ist, wie viel Entzündungshemden, Stoffe aus dem Bereich der Omega-3-Fettsäuren, der sekundären Pflanzenheizstoffe, also dieses delikate Gleichgewicht, zu dem die Ernährung beiträgt, zwischen Entzündung und Entzündungshemmung, das müssen sie mal vorher sich angucken und da müssen sie gucken, wenn sie damit Erfahrung haben, ist da noch ein Potenzial, ist da noch was zu holen und wenn das zum holen ist, dann soll das der Patient unbedingt machen und da muss man gucken, das ist immer wieder ein kleines Experiment, das muss man sagen, Sie hätten ja noch mal gesagt, dass beim längeren Fasten das Rauchen ein Problem ist, was genau ist daran ein Problem und was macht man mit Kettenrauchern? Beim Rauchen ist das Problem, das Rauchen ist auch beim Normalessen und sogar beim Vielessenden der stärkste Stimulus zur Produktion der Magensäure, also das ist sich mal nachgewiesen, wenn sie ein paar Züge rauchen dann geht die Magensäure Sekretion sofort los. Es gibt Raucher, oftmals fragt der Raucher diese Frage, das wissen wir von den Rauchern, es gibt Raucher, die ein Leben lang auch nüchtern rauchen morgens und es gibt, ich kenne viele Raucher, die sagen, ich rauche seit 20 Jahren, zwei Packungen pro Tag, aber ich kriege vor dem Frühstück, das ist so widerlich, da sehen Sie schon, wie verschiedene Leute da sind und ich nehme an, ich bin nicht ganz sicher, dass dieser starke Stimulus in die Magensäure, der natürlich, wenn gar nichts im Magen ist, sich noch ungünstiger auswirkt, auf Übelkeit usw., dass das viele einfach nicht verkraften. Das Nächste ist natürlich, dass es gefäßaktiv ist und dass wir alles das, was wir auch mit der Physiotherapie machen wollen, Gefäßtraining nennt man das, das konverkarieren sie, wenn sie dagegen rauchen, da kann man es gleich vergessen, also das ist insgesamt keine Situation, die zusammenpasst, aber umgekehrt, die positive Botschaft ist, viele haben das Rauchen dadurch aufhören können. Wir müssen uns eigentlich, schauen Sie, das ist immer so eine Frage der Betreuung und der Geduld. Ich finde Raucher als Patienten unheimlich interessant, ich verdamme kein wegen des Rauchen und da ist unheimlich viel Potenzial für ihre Zukunft zu holen, aber man muss ein bisschen Zeit haben, muss natürlich auch ein bisschen ein Herz dafür haben. Ich habe früher selbst geraucht, aber ich weiß, dass das auch schön sein kann, das sage ich jedem Raucher und dass das auch angenehme Züge hat, wenn Raucher zusammensitzen und Kiffchen uns hier rette und nette Gespräche, das kann ja alles ganz nett sein, aber es ist natürlich Quatsch, also da muss man sich im Klaren sein. Deshalb kommen eben die meisten von weg. Wenn wir jetzt Schwierigkeiten mal von weg, zudem helfen wir ja. Es gibt ja auch so gute Hilfsprogramme, Nikotilpflaster können unterstützen, eine Suggestionsbehandlung, also ganz, ganz viele Dinge und so müssen wir uns dem nähern und wir erwarten eigentlich, dass der Raucher zu Beginn eines Fastens sagt, okay, ich traue mir jetzt zu, tagelang nicht zu rauchen. So haben wir das früher gemacht, so haben wir dann manchmal vier, fünf Tage gewartet, bis es so ganz offen und ehrlich im Dialog, bis es so weit war. Das geht heute unter unseren Bedingungen nicht mehr. In der Privathinie geht es, es kostet alles Geld. Es ist halt immer eine Frage von Zeit und Geld. Über uns reden mit dem Geld habe ich immer den Eindruck, dass auch dieses Zusammenpacken von Zeitmomenten, die Schnellmöglichkeit der heutigen Zeit, die Akzeleration von allem, dass die auch vor sehr gutwilligen Patienten nicht Halt macht. Also die Frage wird heute oft gestellt, auch bei Leuten, die nicht viel jünger sind als ich. Wie lange dauert denn das Ganze hier? Ungefähr? Dann sage ich, okay, das entscheiden nicht wir. Es wird in Siegburg entschieden von dem Fallpauschalensystem, nicht von mir, was könnten Sie drei Wochen hierbleiben ohne weiteres. Aber ich sage Ihnen jetzt schon, in den letzten Tagen wird die Frage sich umkehren. Dann werden Sie fragen, wie lange darf ich noch? Und nicht, wie lange muss ich? Sie müssen ja überhaupt nicht sein. Also da muss man so ein bisschen rumscherzen und so ein bisschen einen Pakt schließen. Das ist immer das Beste. Also einen ganz offenen dialogischen Pakt. Und dann geht es auch mit dem Rauchen. Dann sagen auch Leute, man riecht das übrigens in einer Nichtraucherklinik. Sie riechen das, wenn einer geraucht hat und noch fünf von den schärfsten Pastillen hinterher schliebt. Sie riechen das immer. Und dann sprechen das auch nicht so ganz zu klappen. Nicht strafen, sondern sollen wir jetzt weitermachen? Oder war das jetzt wirklich nur ein Ausrutscher? Wenn es nur ein Ausrutscher war, vergessen, dann machen wir weiter. Aber wenn derjenige dann sagt, ich glaube, ich schaffe das doch nicht, geht es halt nicht. Vielen Dank. Wir helfen Ihnen. Wir helfen, davon wegzukommen. Danke. Es gab noch eine Frage bezüglich Bitterstoffen. Die sollen ja eigentlich appetitanregend sein, aber andere sagen, dass sie im Fasten den Appetit auch zügeln können. Wie ist da Ihre Erfahrung? Das ist wohl interessant. Das ist natürlich so, bei Naturheilmethoden, dass wir das oft ein bisschen anders postulieren, als der gängige Pharmakologe, also der Arzt oder Pharmazeut, der die internen Mechanismen von chemisch definierten Substanzen im Körper analysiert. Für den geht es meistens immer nur in eine Richtung. Und für uns geht es manchmal auch in Beide Richtungen. Das schönste Beispiel ist, der Arthrotiker kann von Lärme und von Kälte am selben Tag profitieren. Und hier mit den Bitterstoffen, das ist mir neu, ehrlich gesagt. Wir geben ja bewusst keine Bitterstoffe und wir haben auch kein Problem mit dem Appetit. Die interne Appetit-Hemmung, die ist zwar sehr kompliziert, die hat stoffliche Hintergründe, also es gibt Adiponektin, so heißt die Stoffgruppe, also Eiwein- Burkenstoffe, die das steuern. Und es gibt neurologische, neurovegetative Regulationen. Es gibt zwei Systeme, die sehr kompliziert miteinander verhakt sind. Aber unterm Strich kommt raus, das hat die Erfahrung immer gezeigt, dass für die Masse der Leute so ab Tag drei kein Hunger mehr früh mehr entsteht. Und das ist übrigens, wenn man zum ersten Mal fastet, für viele Leute faszinierend, das könnte man sich vorher gar nicht vorstellen. Ich habe im Fasten für andere gekocht, also meine Tochter zum Beispiel für eine Kinderlade müsste dafür einkaufen und durch Warenhäuser gehen, an Fleischstresen vorbei, das kommt einem wie aus allerlei Welt vor, wenn braucht man das eigentlich alles. Dieses Entfremdungsgefühl, das ist hochinteressant, das allein schon das Fasten lehrt, dass man das mal mitkriegt, man muss nicht dauernd essen. Wir haben auch viel gelassen, wenn sie mal, ich bin so oft erzogen worden, dass man drei Mahlzeiten am Tag braucht, sonst wird man nicht gesund und bleibt nicht gesund. Das hat meine Oma so eingeschärft, das werden wahrscheinlich viele auch nachvollziehen können. und wenn man mal Fasten-Erfahrung hat, dann ist man zum Beispiel bei Reisenmarkten, in Reisegruppen, wenn da mal irgendwas schwierig ist oder sich verzögert, das ist haupt kein Thema. Die anderen sind schon unruhig, wenn der versprochene Mittagsabendessen ist ja nie nicht da, ich muss aber jetzt was essen. Das ist sehr schön, dass sie diese Abhängigkeit etwas durchbrechen. Natürlich bleiben wir an langfristigen Essen abhängig, das ist völlig klar, aber nicht in so einer engen zeitlichen Kopplung, die ja manchmal auch ein bisschen komisch ist. Also das ist eine sehr schöne Erfahrung. Aber unterm Strich gibt es Patienten, die da nicht hinkommen, die permanent Hungergefühle haben, wenn das nicht Raucher sind, das Rauchen würde dazu beitragen, wenn das nicht Raucher sind, dann sage ich immer denen, es tut mir leid, also entweder sind sie grundsätzlich nicht fürs Fasten geeignet, das gibt es ganz selten, ich kann das Ihnen auch nicht genau erklären, warum, oder deshalb jetzt in dieser Phase, Sie haben Emotionen oder etwas anderes oder bringen eine Stoffwechselsituation mit hinein, die ich Ihnen nicht erklären kann, vielleicht ist es in einem Jahr besser, das kann man ja völlig straffrei nochmal probieren und das ist manchmal auch so. Das werden Ihnen auch erfahrene Fasten, die vielfach gefastet haben, wenn Sie das ehrlich sagen, immer wieder sagen, manchmal läuft es genauso wie beim letzten Mal, manchmal läuft es aber auch erstaunlicherweise völlig anders, obwohl ich alles gleich gemacht habe, sagen wir, tendenziell zwanghafte Menschen, die alles sehr exakt machen und ihre Trinkmenge im Messbecher abbiegen und so weiter, die wundern sich auf einmal, dass Mai 2022 anders läuft als Mai 2021, das ist halt so, da stecken wir auch nicht ganz drin, natürlich werden wir alle älter, Wechseljahre können mit hineinspielen, beim Mann auch nachlassende Hormonaktivität, das kann hineinspielen, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel zwischen 30 und 50 also in einer relativ stabilen Lebensphase sind, kann das auch passieren, ich kann das Ihnen nicht erklären, nehmen Sie es so hin als ein Teil der ansonsten immer sehr erfreulichen Variabilität der Biologie, die wollen wir auch haben, wir wollen ja nicht alle Einheitspüten sein, die das ganze Jahr das selbe machen, aber im Großen und Ganzen können Sie sich darauf verlassen, wenn Sie einmal eine gute erfasste Erfahrung gemacht haben, dass Sie die, wie wir sagen, reproduzieren können und das ist natürlich, stellen Sie vor, die Schuppenflechte ist weg und nach zwei Jahren kommt sie wieder und dann erinnern Sie sich daran, ah, das ging doch damals so gut mit dem Fasten, ich sage, machen Sie es wieder, wunderbar, ja. Vielen Dank, ich weiß nicht, ob ich Sie noch ein paar mehr Minuten strapazieren darf, es sind noch ein paar Fragen da. Wenn das YouTube aushält, die Datenmengen, dann machen wir das einfach. Wunderbar, dann machen wir das, vielen Dank. Also jemand fragt, ob es zu dem Frühstücksfasten dann Kontraindikationen gibt, also Situationen, in denen man das Frühstücksfasten nicht empfehlen kann. Ja, danke, dass Sie die Frage stellen, das war ja eigentlich nicht so das Thema heute, ich wollte es nur noch als Ausblick, weil ja dieses Teilzeitfasten natürlich auch in aller Wunde ist und ich glaube, Herr Michael im letzten Mal auch darüber gesprochen hat, das ist vor allem, wenn Sie Blutzucker manipulierende Medikamente nehmen, ein kleines Problem, ja. Sie dürfen nicht unterzuckern morgens, ja, und da gibt es, das bedarf schon einer individuellen Beratung, ja, bei uns könnten Sie die kriegen und auch bei anderen erfahrenen Fastenärzten, die meisten Diabetologen würden sagen, lassen wir die Finger davon, ja, aber so fürchterlich schwierig ist es nicht, ich hoffe, dass wir es auch in unserer Überarbeitung der nächsten Leitlinie mit aufnehmen können, so ganz grob, was man da machen sollte, also wenn Sie zum Beispiel Metformin nehmen, aber das ist da völlig harmlos, weil das ja nicht zu Unterzuckerungen führt, das können Sie das gleich durchnehmen. Wenn Sie andere, modernere, blutzuckerndersenkende Medikamente, die meisten würden dann, wenn Sie die unverändert dosieren, eventuell zu einer Unterzuckerung führen, und da kann man eben je nachdem, in welchem Rhythmus die einen, die haben auch verschiedene Wirkdauern, kann man dann eventuell mal eine Dosierung halbieren oder weglassen und fast jeder, der hat heute sein Messgerät und wenn Sie dann morgens dazwischen aufwachen und dem Land bei 110, 120 Milligramm pro Dizkel lägen, fantastisch, dann haben Sie alles richtig gemacht. Wenn Sie ein bisschen als Typ 2 Diabetiker ein bisschen Basalinsulin dazunehmen, das tun ja viele, das ist auch recht gut grundsätzlich, dann müssten Sie diese Dosis auch ein bisschen reduzieren. Wie viele genau hängt so ein bisschen auch von Ihrem Gewicht ab, wie viel Basalinsulin das ist. Da gibt es keine ganz genauen Regeln, aber man muss mit jemandem machen, der auch Lust hat, da so ein bisschen zu experimentieren, regelmäßig misst und auch das alles genau berichtet. Das ist ja bei Naturverfahren sowieso ein bisschen anders als in der konventionellen Medizin. Wir erwarten von Ihnen auch, dass Sie ein bisschen mehr Verantwortung für sich übernehmen, dass Sie nichts unter den Teppich kehren, dass Sie die Dinge, die wir besprechen, auch so regelmäßig machen und alles, was Ihnen auffällt, berichten und dann kommt man auch gut dahin. Und wenn man einem Patienten sagt, wissen Sie so, diese Dinge, die sind alle nicht so 100 pro erforscht, wir tasten uns jetzt mal ein bisschen ran. Wenn der Zucker jetzt mal einen Tag 130 hat, 110, das ist auch nicht schlimm, aber beim nächsten Mal ist dann durch eine Dosisanpassung schon meinetwegen diese 110, also ein nahezu idealer für den Diabetiker, ein idealer nüchternen Dutzucker, den er über den Vormittag hält, wohlgemerkt. Da muss man sich einen antasten. Die Grundprinke ist immer am Anfang lieber ein bisschen oben liegen lassen, die Unterzuckerungen sind gefährlicher, Unterzuckerungen machen in der Regel bleibende Schäden am Nervensystem immer einen kleinen Tick, ja. Die Überzuckerung brauchen sehr lange, aber haben eine sehr lange Zeitskala, auf der sie existieren müssen, damit die Gefäße, das sind dann die Gefäße und nicht das zentrale Nervensystem, sich das merken. Also es sind sehr verschiedene Mechanismen, die da wirken. Grundsätzlich die Grundregel, das ist so einfach wie nur was, keine Toleranz gegen Unterzuckerungen. Wenn jemand da regelmäßig unterzuckert bei diesem Teilzeitfasten, dann läuft was falsch oder wie gesagt, der ist dafür nicht geeignet. Keine Toleranz. Bisschen Unterzuckerungen kann man dann peu a peu sich rantasten, bis man da ist, wo man hin möchte. das andere Blutdruck ist natürlich auch, wenn Sie morgens nichts essen und auch wenig trinken, vor allem nichts essen, haben Sie in der Regel auch eine flachere Blutdruckregulation. Das können Sie auch selbst messen und wenn das symptomatisch wird, wenn Sie sich also schlecht fühlen und haben Sie noch da 90 zu 70, dann muss man diese Dinge auch anpassen. Dann stellt jetzt natürlich die nächste Frage, wollen Sie das jetzt jeden Tag den Rest Ihres Lebens machen oder ist das jetzt mal was für zwei Wochen oder das hängt dann sehr stark davon ab. Das ist schon knifflig, aber es ist natürlich für Fastenärzte eigentlich heutzutage eine wichtige Herausforderung, dass wir das richtig beraten. Danke. Noch eine Herausforderung ist für Frauen oft zu wissen, wann in ihrem Zyklus das Fasten Sinn macht. viele fragen sich, ob die Menstruation sich dadurch verschiebt oder ausbleibt, ob es einen optimalen Zeitpunkt gibt und ob man Supplemente nehmen muss, vor allem wenn die Regelblutung ansteht, ob man da Eisen- oder Rote-Bete-Saft zu sich nehmen muss im Fasten. Ja, die Frage können Sie ja wahrscheinlich inzwischen besser beantworten als ich, weil Sie sich damit beschäftigen. Also grundsätzlich gibt es auch da keine festen Regeln. Ich würde vor allen Dingen fragen, ob Sie ein grundes prämenstruelles Syndrom haben, also Beschwerden, bevor Demenz kommt, das haben ja viele, vor allem jüngere Frauen, wenn Sie das haben, dann würde ich das Fasten so in die ersten Tage sozusagen des neuen Zyklus starten lassen, so an Tag drei vielleicht oder so, plus minus, und hoffen, dass Sie dann zum Beispiel beim nächsten Mal weniger Beschwerden und auch natürlich dauerhaft weniger Beschwerden haben. Wenn Sie am Tag 20 anfangen und Ihre prämenstruellen Beschwerden fangen, Sie haben einen regelmäßigen Zyklus, die fangen regelmäßig an Tag 25 an, dann kann es sogar sein, dass sie verstärkt werden. Ich würde das immer abwarten, die Blutung und in der Frühphase anfangen. Wenn Sie jetzt noch mal Fruchtbarkeit fragen oder Empfängnis, da müssen Sie Frau Liebscher fragen, dass euer Fasten wirkt wahrscheinlich die Empfängnis Verhältnisse begünstigend, das ist hochinteressant, wahrscheinlich deshalb, weil doch der Hormonhaushalt besser reguliert wird, weil auch viele Nahrungsmittel, die in Konkurrenz zur Eiweißbindung das nicht zu unterschätzen stehen, die meisten Hormone sind der Eiweißgebunden im Körper, weil diese Konkurrenz entfällt und dadurch der natürlichere Hormonregulationsmechanismus sich besser durchsetzen kann. Aber richtig verstehen, arbeiten jetzt daran, richtig verstehen tun wir das nicht, aber die Erfahrung zeigt, dass das Fasten zumindest die weibliche Fertilität etwas begünstigt. Danke. Dann kamen jetzt noch ein paar praktische Fragen, eher kleinere Fragen. Es wird oft empfohlen, beim Fasten, wenn man Kopfschmerzen bekommt, ein Espresso mit Zitrone zu trinken. Was steckt hinter dieser Kombination? Warum gerade das? Solche Empfehlungen gibt es in Massen. Viele meinen, dass der Kopfschmerz sozusagen ein Entzugskopfschmerz von Koffein sei. Das glaube ich nicht. Wieder mal ein Beispiel. habe damals, also Anfang 30 praktisch nie Kaffee getrunken und hatte diese übelen Kopfschmerzen in meiner ersten Fastenphase. Ich kenne es auch von vielen Teetrinkern, dass die Kopfschmerzen kriegen. Also ich glaube nicht so ganz mit dem Kaffee Entzug. die Nikotin Geschichte ist in der Natur Koffein schon. Koffein ist immer ein bisschen übertrieben worden in seiner Wertung, aber das können wir jetzt nicht diskutieren hier im Extenso. Die Zitrone wird oft sozusagen wegen ihrer schwachen Säure werden, es gibt da so basische Eigenschaften in Relation zur Magensäure. Die schwache Säure verdrinkt die stark aus ihren Salzen. Schwache Säuren im saures Milieu eingebracht wirken dann anders. Das wurde oft postuliert, das können sie versuchen, weil es wunderbar, wir haben nichts gegen Zitrone. Das können sie versuchen. Sie können von mir auch den Espresso versuchen, wenn die Kopfschmerzen los sind. Wunderbar. Ich glaube nicht so ganz. Am meisten hilft natürlich Ruhe, noch mal ein bisschen trinken, vielleicht mal versuchen, einen Augenblick zu schlafen. So etwas würde ich empfehlen. Und wie gesagt, was man immer unterschätzt, ist, wenn gerade auf dem Laubasalz am Anfang der Flüssigkeits- und Salzverlust ist, der ist relativ kräftig und der führt zu komplexen Disregulationen der Volumen- und Elektrolytregulation. Das ist meine Hypothese eher. Das hat mit Kaffee und Tee nichts zu tun. Wie gesagt, ich persönlich bevorzugen, diese Vorbereitung mittlerweile mit den Darmspüllösungen, die sind wesentlich verträglicher. Da gibt es zwei Probleme. Sie wurden nicht immer schon so gemacht. Mit Laubasalz gibt es 50 Jahre Erfahrung mit Millionen von Leuten. Das Laubasalz ist quasi eine natürliche Substanz. In den Darmspüllösungen ist PEG, Polyethylen, Glykol. Da sage ich den Patienten, was sie in ihren Kühler tun, wenn sie ein Auto haben oder was da in der Kühlflüssigkeit ist. Oder was im österreichischen Weinskandal als Punchmittel gebraucht wurde. Das ist die nackte Chemie. Aber es ist ein sehr gutes Chemie. Der Darm wird sehr gut vorbereitet, viel besser als wenig. Wir haben früher auch diese salinischen Vorbereitungen gemacht. Es war immer so, dass die Darmspülung schlecht war, dass die Sicht für den Endoskopiker schlecht war. Heute haben sie das, wovon wir träumen, eine Darmschleimhaut, auf der überhaupt keine Speisereste mehr kleben und die sich von daher auch sehr gut regenerieren kann, einschließlich ihrer Darmflora. Das ist eigentlich viel besser. Es ist, wie gesagt, teurer. Es wird geschmacklich auch nicht so gutiert, kann man auch keine Werbung für machen unbedingt. Aber man kann z.B. bei den Patienten, die schon mal eine Spülung wegen einer Darmendoskopie hatten, daran anknüpfen, sagen, das ist genauso, sie müssen nur weniger trinken. Trauen Sie das zu, den einen Liter, meistens reicht ein Liter. Wenn die Spülung klar ausgeschieden wird, dann reicht das. Wenn es noch sehr braun ist, dann gehen noch noch ein halb Liter hinterher, auch kein Problem. Es ist schorbenbar und es ist effektiver. Bei dem Laubersalz gibt Flüssigkeiten auch Salze verloren. Die müssen sich gegen ansteuern. Wenn Ihnen übel ist in der Zeit, dann fällt es schwer dagegen anzusteuern. Auch dem gutfälligsten. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ein noch ungelöstes Problem. Ich bin sicher, dass wir in 10, 20 Jahren das nur noch mit solchen Dingen wie Darmspüllösungen machen werden. Sollte man im Fasten Supplemente nehmen? Sollte man weiternehmen, was man schon nimmt? Basica zu sich nehmen, also basische Salze? Das ist eine Riesendiskussion. Die Mehrheit der Fasten können Sie kontroverse mit auslesen. Aber das ist ja gut, dass Sie stellen. Die Mehrheit wird sagen, nein. Die Meierärzte zum Beispiel, die ich sehr schätze, ich bin selbst ein halber Meierärzt, ich habe auch diese Weiterbildung gemacht, die stehen inzwischen sehr auf Supplemente. Supplemente werden bei uns zu viel genommen, es gibt sehr gute, sehr begründete, das trifft aber nur für eine kleine Minderheit. Erstmal müssen Sie wissen, was für ein Supplement wird, aus welcher Intention und mit welchen bislang statt gehabten Erfolg genommen. Dann können Sie die meisten schon von der Liste streichen, egal ob gefasst oder nicht. Für die Ästheten des Fastens hat das überhaupt keinen Platz. Die Ästheten des Fastens wollen nur die reinen Fasten Getränke und möglichst wenig Fremdstoffe, also auch Medikamente, Supplemente, alles was so kommt. So ein bisschen Ansichtssache. Wenn jemand sagt, ich hänge da so dran, da würde ich auch nicht lange diskutieren. Wenn er das zwei Jahre nimmt, auch die nächsten zehn Jahre nimmt, ob er das jetzt die zwei Wochen nimmt oder nicht nimmt, ist eigentlich ziemlich egal. Basenbäder und Basenbäder Das ist natürlich das Fastensäuerte ein bisschen anders, das ist richtig, das ist teilweise erwünscht, das gleichen sie aus, indem sie die Nieren als Puffer nehmen, dazu müssen die Nieren aber vor allem viel Flüssigkeit anbieten und die Lungenatmung, die Lungenatmung ist der beste Säurepuffer, dazu müssen die Atmos mal ein bisschen in Wallung kommen, das ist viel besser als alle Püverchen Wenn sie chronisch nierenkrank sind, das ist eine ganz spezielle Frage, die wir jetzt aber nicht weiter diskutieren werden, dann machen diese Basenpulver enormen Sinn, aber für einen Gesunden eigentlich aus meiner Sicht nicht unbedingt. Wenn sie sich wohl damit fühlen, wenn sie sagen, ich habe einmal mit Basenpulver eine Ombasenpulver einmal diese holländischen Kopfschmerzen und andere nicht, dann würde ich gar nicht diskutieren und sagen, nehmen sie Basenpulver Gottes Namen, wahrscheinlich profitieren sie davon. Da sind sehr viele Mineralien drin, sehr viel Magnesium in den meisten drin, je nach Hersteller komponiert, in einigen ist auch sehr viel Kalium drin, das kann es schon bringen, das kann man noch anders haben, aber ich bin immer, wenn Patienten glaubhaft erfahren, oder auch haben, ich würde ihnen nie Fragen stellen und sagen, wenn sie diese Erfahrung gemacht haben, ganz einfach. Danke. Dann gab es noch eine Frage, kann man zum ersten Mal mit über 80 Jahren fasten oder sollte man das lieber lassen? Tolle Frage. Klinik Buchi hat mal eine Vererführung gemacht über ihre Wiederholungsfasten anhand der Krankengeschichten und die haben viele, die Einrichtung gibt es seit 1953 glaube ich, also am Bodensee, nicht in Pyrmont, die zweite am Bodensee, und die haben viele, die Jahrzehnte dort wieder gekommen sind, treue Fastenkunden, Patienten, und da waren auch welche, die noch mit über 80 gefasstet haben, mit gutem Erfolg, aber die waren schon sehr lange fastenerfahren. Wie das reinspielt, weiß man nicht. Wenn ich sie in der Klinik hätte und würde sie betreuen und sie wollten das, dann möchte ich in Ruhe mit besprechen, würde ich auch in Ruhe ihnen sagen, welches Restrisiko auf ihrer ich weiß, was ich nicht weiß, sage ich immer gerne sehr offen, was ich nicht weiß. Und wenn wir da einen Deal finden, dann machen wir das. Aber das kann man nicht von jedem Arzt erwarten. Das stimmt. Eine Person hat noch geschrieben, mit einem BMI von 19 hat sie das letzte sieben täglich gefasst sehr gut vertragen und hat nur ein halbes Kilo Körpergewicht verloren. Würde gerne noch mal fasten und zwar länger. Gibt es etwas, was dagegen spricht? Da ist jetzt, wenn schon das Stichwort Körpergewicht kommt, man muss, wenn das korrekt funktioniert, vor allem wenn sie kein Wasser einlagern, haben sie einen gewissen Gewichtsverlust, so 250 bis 320 330 Gramm im Schnitt pro Tag, in den ersten Tagen viel viel mehr wegen des Wasserverlustes und wenn sie den messen, das können natürlich mal froh sein, nach einigen Tagen haben sie im Schnitt etwa 300 Gramm Fettverlust Fettmasse pro Tag, das ist für viele sehr interessant und sehr wichtig. Für uns ist es eigentlich kein Motiv zum Fasten, also da muss man so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich weiß, dass es für viele Patienten ist und dass auch aus dem Grunde sehr viel gefastet wird. Ja, es gilt genau das, was ich eingangs sagte, aus bestimmten Gründen haben wir für die breite Masse dieser acht Tage in unserer Leitlinie geschrieben, wohlwissend, dass viele Leute es länger das nehmen so ein bisschen auf ihre Kappe, wenn sie sich das zutrauen machen. Meine allerletzte Frage, jemand würde gern die Brühe im Fasten mit Kefir ersetzen, was sagen Sie dazu? In den Varianten gibt es sicherlich viele. Die Brühe, wie gesagt, wenn man die selbst sich herstellt oder eine gute Brühe kauft, das ist eine echte Geschmacksbereicherung, weil viele Gemüsearomastoffe drin sind, das ist in der geschmacklichen Ödgeniss des Fastens einer der Höhepunkte des Tages. Ich mache die mal selber und ich liebe sie. Ich träge auch zwei am Tag, kein Problem. Aber ersetzen kann man die auch durch Käfer, wenn man ein Käfer-Fan ist, warum nicht. Wichtig ist die Länge. Wir müssen natürlich, schauen Sie mal, wir haben früher heute drei Wochen fasten lassen in den guten alten Zeiten. Wir haben ständig Elektrolytkontrollen gemacht, also vor allem Kalium und Natrium sind kritische Elektrolyte, also Blutsalze, die auch nicht nur wegen der Verträglichkeit, dass sie ein bisschen schummig und blimmerant werden, sondern auch wegen bestimmter Organfunktionen einfach so bleiben sollten. Wir haben heute viele Patienten, die so naturelkundlich sich ernähren, die sehr lange sehr salzabend gegessen haben und deshalb schon mit tiefen Natriumwerten und Chloridwerten in das Fasten reingehen. Das ist ein bisschen problematisch. Und da muss man darauf bestehen, dass sie Flüte zu sich nehmen. Und das ist im Kefir, weiß ich jetzt nicht im Kopf, aber Kefir ist kein guter Elektrolytrolieferant. Also das würde ich zu bedenken geben. Wenn Sie den Geschmack des Kefir brauchen, über die Runde zu kommen, da muss man geben generelle Empfehlungen für den, der nichts anderes weiß, wenn Sie sagen, ich schaffe es nur mit Kefir, dann mag es nur mit Kefir. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir so viele Fragen noch loswerden durften. Das ist ganz, ganz wunderbar und ein großer Erfahrungsschatz, den Sie mit uns geteilt haben. Vielen Dank nochmal und damit verabschiede ich mich von dem Publikum, was jetzt zugeschaut hat oder in Zukunft dieses Video schauen wird. Vielen Dank und alles Gute beim Fasten. Viel Spaß und Tschüss.